Willkommen zu Subtitel an Bayern. Heute sonnt man im Wald und der Wald ist am Arsch der Welt. Ich habe jetzt hier im tiefsten Niederbayern, wie lange habe ich jetzt gebraucht, 40 Minuten und das für 30 Kilometer, ihr werdet es nicht glauben. Also, wir legen jetzt da gleich los und dann schauen wir mal, was wir da finden. Irgendwas, ja, irgendwie kann ich da keine Funktion, wahrscheinlich nur ein Fragment von irgendwas, naja, nehmen wir es einfach mal mit, schauen wir es uns an. Du bist nur 20 Jahre später da. Du, der gefällt jedes Jahr hier, um eine Mütze zu begraben und wir buddeln es jetzt gerade aus. Also da vorne wird gerade hart gefunden, den wollen wir jetzt nicht stören, der ist in Trance. 10 Pfennig, 1914, Deutsches Reich, schön angegammelt, ja, aber immerhin, ein schöner Anfang, naja, legen wir mal weiter. Ein lucky Tag. Wichtig Original, 1a Abzehlasche. Komplett erhalten, ja, in Tausend Jahren ist das ein seltener Pfund, das könnt man glauben. Besser als jederlei compatible Stift Cansons von Ströpars początku. hülsen boden wir machen zum schluss ja ein symbol der falkenfelser ja ich hoffe das geschmeckt hat haben wir einen schlumpfstahlhelm mit zeit zu starten ein schlumpfstahlhelm genannt pfeifendeckel schon ein pfeifendeckel schafften doch da haben wir noch einen hülsen boden von der charot padrone gedacht dass man näher eines jägerstandes eine patronen hülse finden kann ziemlich zusammengefärketer hülsen boden aus etwas sind wirklich heraus gefällt einmal eigentlich brauchen wir hier kein detektor aber unabgeschlagen schön schön mal schauen der kaliber kann man nicht mehr sagen ja auf alle fälle war es einmal eine scharfe jetzt nicht mehr scharf jetzt fehlt die hälfte ein bisschen raus aus dem wald der wald will sein zeug nicht hergeben und jetzt hier in der übergangszone zum pferd schaut es auch schlecht aus naja schauen wir vielleicht kriegen wir noch den kracherfund irgendwas muss noch gehen eine hülse ein schönes signal aber noch mist einmal hülse abgeschlagen jetzt was rentabel ich reibe nicht nein 1906 eine mark aus eine silbermark wunderbar klitzel kleines loch ein wahnsinnswert ähnlich wie stahl klar sind wir groß über 80 normalerweise ist nicht kommen aber noch nicht nur so schön wie das jetzt ist und so oberflächlich würde ich das ding einfach einmal aus und was war es sagt um eine kammer da ja und ein mini doch hat sich das mal einfach mal so so haben wir irgendwas ein eisenteil oder kopfvorteil ringförmig dann müssen wir selber machen das weiß ich nicht was das ist so auch hier stücker leisen extrem tief da war jetzt die hoffnung größer die vernunft aber sieht aus wie der nagel oder was ähnliches machen es aber ein kleines loch und ein kleinen knopf ist es noch dran extrem dünn könnte schon an münze sein sehn tue ich leider nix rein tue ich nicht weil sonst soll mir die finger abfallen und deswegen gibt es den spieler zum sehen ein knopf das ist immer noch ein leifteck ein grundkorten das wird geschaffelt die ratsche ist auch schauf leer genommen jetzt kommen wir schon in relevanter tiefe weißt du das ja ich habe ein starkstromkalbel ausgeraden das habe ich schon geschafft schon eine halbe stunde später als arme stelle und nix aber was ist denn der heimlich gibt es ja gar nicht eine goldmütze ist immer drei zentimeter tiefer ein brustbier oder das gibt es ja nicht das klingt noch nicht spannend moment schalte ich noch mal ein eisen 10 mehr normal hätten wir jetzt jetzt weißt du schon hier ist das die schniederbayern da musst du einfach nur schauen wo der dampf vom atomkraftwerk ist von ohu und da sieht man es echt gut das ist die kühlanlage und wenn du siehst dann weißt du ganz genau ungefähr wo du bist wir haben einen Hut drauf die viecher fangen uns an zu fressen ein paar sachen waren dabei wenn es euch gefallen hat dann daumen hoch und bis zum nächsten mal servus